Barbara Engel Barbara Engel, süßer Typ, aber ob der Bachelor sie anmacht? Bei ihr hat der neue Bachelor also keine Chance. . Seit zwei Wochen flimmert die Flirtshow wieder über die TV-Bildschirme. Daniel Wülz ist dieses Jahr der Glückliche, der aus 22 Kandidatinnen sein Herzblatt auswählen kann. . Doch nicht jeder findet Gefallen an dem karmanten Immobilienmakler Barbara Engel, 65, ist nicht überzeugt von dem diesjährigen Rosenkavalier. . Wie die Desennerin im Promiflas-Interview erzählte, ist Daniel sogar nicht nach ihrem Geschmack. . Smarter, low-value-Typ, aber ob der mich jetzt so anmacht? Also nie! Wer hat für mich einfach zu wenig Charisma, stellte Barbara gleich mal fest. . Die gebürtige Hamburgerin finde da andere Männer einfach tausendmal besser und ergänzte. Der ist mir so ein Schwiegermutter-Typ. . Mir fehlen charakteristische Gesichtszüge. . Was wohl der braunhaarige Schnuckel zu dieser kritischen Beurteilung sagt. Doch die Promiflas-User sind sich in Bezug auf den neuen Garmör einig. . Sie finden den Bachelor einfach top. Ich fand ihn schon sehr sympathisch. . Durchaus ein Womanizer, muss ich schon sagen oder ein sympathischer Mann lauteten nur einige Beurteilungen. . . Teilt ihr Barbara Engels Meinung? Total! Für mich hat er auch zu wenig Charisma. Nein, so gar nicht! Ich finde ihn super! . .